Willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Let's Read Morrowind. Zu jenen Punkten der Tempel-Doktrin, die von den abtrünnigen Priestern angefochten werden. Die Göttlichkeit des Tribunals. Der Tempel-Doktrin zufolge erreichte das Tribunal seine Göttlichkeit auf wundersame Weise durch Streben, Tugend, Wissen, Testen und den Kampf mit dem Bösen. Der Tempel-Doktrin zufolge wurden ihnen ihre göttlichen Fähigkeiten und ihre Unsterblichkeit aufgrund einer gemeinsamen Entscheidung der Ahnen der Danmer übertragen, darunter unter anderem die guten Dedra, der Propheten Velot und der heiligen Nereva. Wobei ich hier glaube, dass die Mehrzahl bei Propheten und Heiligen eigentlich eine Einzahl sein sollte. Aber gut. Die abtrünnigen Priester fragen, ob die Kräfte von Dagot-Uhr und die des Tribunals letztlich von derselben Quelle stammen, dem Roten Berg. Teile der Apographa legen nahe, dass das Tribunal seine Göttlichkeit nur mithilfe profan verzauberter Utensilien erlangt hat und dass es sich bei diesen unheiligen Werkzeugen um jene handelt, die ursprünglich von dem gottlosen, zwemerischen Hexenmeister Kagenak hergestellt wurden, um das Numidium zu schaffen. Die Reinheit des Tribunals Nach Ansicht der abtrünnigen Priester hat der Tempel schon immer zwei Seiten gehabt. Eine öffentliche, vertreten durch die Hierographa, die priesterlichen Schriften, und eine verborgene, vertreten durch die Apographa, die verborgenen Schriften. In den öffentlichen Schriften werden die Handlungen des Tribunals wie Heldentaten geschildert. Die verborgenen Geschriften hingegen enthüllen Geheimnisse, Unwahrheiten, Unstimmigkeiten, widersprüchliche Erzählungen und die verschiedenen Interpretationen, die auf dunkle, weniger heldenhafte Motive und Handlungen der Tribunen schließen lassen. Besonders die unterschiedlichen Berichte über die Schlacht am Roten Berg werfen Fragen auf über das Verhalten des Tribunals und die Quelle der nachfolgend erlangten Göttlichkeit. Ebenso gibt es Beweise dafür, dass das Tribunal das wirkliche Ausmaß der Bedrohung, die von Dagot Ur und dem Roten Berg ausging, verschleiert hat. Dadurch wurde die Bevölkerung über die Fähigkeit des Tribunals getäuscht, Morrowind vor Dagot Ur zu schützen und die dramatische Verringerung der magischen Kräfte des Tribunals verheimlicht. Drittens, Berichte in den Tempelschriften über die Schlacht am Roten Berg. Ende der Überschrift, Anfang erster Absatz. In der Tradition der Bewohner Aschlands befindet sich das Tribunal nicht am Roten Berg und es gilt die Auffassung, dass Dietwemer selbst für ihre Zerstörung verantwortlich waren, nicht Nerewa. Außerdem heißt es, dass Nerewa Dagot Ur zurückgelassen hat, um die unheiligen Geheimnisse des Roten Bergs zu bewachen, während er selbst zu einer Konferenz mit dem Großen Rat, das heißt dem Tribunal, ging. Es heißt, dass Nerewa bei der Konferenz starb, den Aschländer zufolge nicht an seinen Wunden, sondern durch Verrat. Das Tribunal daraufhin im Roten Berg einem widerstrebenden Dagot Ur gegenüber trat und ihn unter dem Berg verbannte, weil er sich ihnen nicht fügen wollte. Viertens, Verehrung der Dädra, der Heiligen und der Ahnen. Die Abtrünnigen zweifeln zwar die Göttlichkeit des Tribunals an, nicht jedoch seine Heiligkeit und sein Heldentum. Sie setzen sich sogar für die Wiedereinführung vieler Elemente des von den Aschländern und dem heiligen Velot praktizierten fundamentalistischen Ahnenkults ein. Wie dies möglich sein soll, wird bis jetzt ergebnislos unter den abtrünnigen Priestern diskutiert. Fünftens, Verleugnung der Prophezeiungen des Fleischgewordenen und Verfolgung des Nerevarine. Obwohl unter den Abtrünnigen keine Einigkeit über die Echtheit der nerevarinischen Prophezeiungen besteht, sehen sie die Verfolgung des Nerevarin als ungerecht und politisch motiviert an. Die abtrünnigen Priester leugnen nicht, dass Mystikoffenbarungen und Voraussagungen Teil der religiösen Erfahrung sein können, sind sich aber noch nicht völlig klar darüber, welche Einsichten richtig und welche falsch sind. Sie haben die Mystik des aschländischen Ahnenkults studiert, besonders die Riten der weisen Frauen und der Seher. Achso, das heißt Seher. Ich habe immer Scher gelesen im Spiel. Ah, okay, das E sieht auch ziemlich aus wie ein C. Und auf die Schnelle, ja. Das kommt davon, weil die immer so blöde Namen geben hier. Und die Prophezeiungen des Fleischgewordenen. Ja, viele der abtrünnigen Priester, ich schneide das jetzt nicht. Normal schneide ich diese gelesenen Texte, diesen werde ich nicht schneiden. Bin zu faul. Viele der abtrünnigen Priester sind zu dem Schluss gekommen, dass die nerevarinischen Prophezeiungen wahr sind und haben die auf den Tempelarchiven aufgezeichneten Voraussagen systematisch studiert. 6. Autorität des Erzkanonikers und der Ordinatoren Die abtrünnigen Priester erkennen die Autorität des Erzkanonikers und der Ordinatoren nicht an. Die Tempelhierarchie ist durch Eigeninteressen und Politik korrumpiert worden und handelt nicht mehr zum Besten des Tempels oder seiner Anhänger. Die abtrünnigen Priester sind der Meinung, dass der Erzkanoniker und die Ordinatoren nur für sich selbst und nicht für das Tribunal sprechen. 7. Die Inquisition und die Anwendung von Terror und Folter durch die Ordinatoren Es ist ein offenes Geheimnis innerhalb der Tempelhierarchie, dass die Ordinatoren Entführungen, Terror, Folter und geheime Inhaftierungen einsetzen, um Ketzer und Abweichler zu unterdrücken. Nach Ansicht der abtrünnigen Priester sind die Ordinatoren entweder außer Kontrolle geraten oder lediglich ein Werkzeug, mit dem sich eine korrupte Priesterkaste an der Macht halten will. Grundlagen der Tempeldoktrinen Den Armen Güte, den Unwissenden Erziehung, den Schwachen Schutz Achso, das sind die Grundlagen der Tempeldoktrinen. Alles klar. Zwar erkennen die abtrünnigen Priester an, dass die meisten einfachen Priester die Traditionen des Tempels in Ehre halten, sie sind aber auch der Meinung, dass viele hochrangige Priester sich mehr der Liebe zur Macht und zum Luxus widmen, als der Fürsorge für die Armen, Schwachen und Unwissenden. Okay, das war Fortschritt der Wahrheit. Im Großen und Ganzen war das, ja, auf den ersten Blick vielleicht nicht so interessant, aber, ja, man lernt zumindest, dass man Ordinatoren nicht über den Weg trauen kann und dem Tempel nicht über den Weg trauen sollte. Ja, und ein bisschen über die Geschichte Morrowinds ist eigentlich doch ganz interessant gewesen. Für die, die sich da nicht so reinfreaken, vermutlich eher langweilig, aber ich kenne euch doch, ihr freakt euch da alle rein. Ha ha ha. Ja, gut, das war Fortschritt der Wahrheit, geschrieben von abtrünnigen Priestern und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn.